Die Neue Republik Diese furchterregende Maschine, welche ihr erbaut habt, auf der wir festen Fußes stehen, wird dem Senat ein Ende setzen, ihrer hochgeschätzten Flotte. Alle übrigen Systeme werden auf die Knie fallen von der ersten Augen um und sich an diesen besonderen Tag erinnern als den letzten Tag der Republik. Die Neue Republik 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 Bis zum nächsten Mal.